Ja, ich bin der Peter Wesenauer, ich bin im Brotberuf Dirigent und Komponist. Lebe allerdings hier in Hallstatt, was man nicht glauben würde, dass man mit so einem Beruf hier überleben kann. Bin natürlich nur zum Leben hier und nicht großteils zu arbeiten, aber durch meine Tätigkeit als Intendant von The Sound of Hallstatt arbeite ich natürlich auch hier im schönen alten Hallstatt. Also in meiner Familie gab es, solange ich denken kann, nur Musik, denn mein Großvater war Komponist, bei dem bin ich aufgewachsen oder großteils aufgewachsen und habe dort eigentlich nur den komponierenden Menschen gesehen und mir gedacht, das ist eigentlich normal, das machen alle so und es gab eben dann auch keine Alternativen für mich. Also für mich war einfach klar, ich werde Musiker und bin dann irgendwann von der Musikschule in Bad Ischl ans Mozoteum nach Salzburg, habe da Dirigieren und Komposition studiert und bin das geblieben. in der Musikschule threw ich aufger deben, dass die Musik für die Musik die angeht, die Musik die Musik Musik Vielen Dank.